Ja, bitte? Ja, ach ja, ich... Guten Tag, wollte ich... Ja gut, guten Tag. Weißt du, das ist eine Überraschung für mich. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du vorbeikommst? Denn ich weiß gar nicht, was ich dir anbieten soll, denn ich habe nichts. Ja. Ja, was? Kekse. Kekse, Kekse. Kekse. Ja, ich weiß schon, aber ich habe nur gerade keine Kekse, weißt du? Was? Ja, ich sage dir auch, was ich gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass du kommst, das musst du verstehen. Hier, ich habe nämlich eigentlich alles vorbereitet. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da, Kuchen da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Na, wie geht's? Kuchen? Hättest du nur was gesagt, hätte ich Musik bestellt. Die besten Musikanten von der Welt. Hättest du nur was gesagt, hätte ich Musik bestellt und dich empfangen mit Trara. Ich will doch mal lieber Kekse. Ja, ich weiß nicht, wo du herkommst. Kein Kuchen. Weil dir kenn ich mich nicht aus. Kekse. Aber das hat nichts zu sagen und ich will dich auch nicht fragen. Komm, fühl dich wie zu Haus. Oh ja. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Wie Kekse. Mit Musik und Trara. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Na, wie geht's? Hey. Hey, halt jetzt endlich den Mund. Du, das kommt mir anders. Kekse. Nein, nein, keine Kekse. Ganz was anderes. Ich will Kekse. Nein, sei ganz ruhig. Motter Kekse. Sei ganz ruhig. Wo sind meine Kekse? Kekse, Kekse, Kekse. Kekse? Ich hab keine Kekse. Heute gibt's was anderes. Was soll die das denn? Was? Jetzt ist er fertig. Was ist fertig? Fertig. Na, gefällt dir der nicht? Ich will aber lieber Kekse. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Na, wie geht's? Fabelhaft, Fabelhaft, Fabelhaft. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Aber Kekse. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Na, wie geht's? Na, wie geht's? Kekse.